Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch mit eurem Rocken. Ja, sollen wir vielleicht wen anders testen mal? Oder sollen wir doch bei dem netten Herrn bleiben? Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Ich nehme natürlich doch meinen Zwerg. Ich nehme wieder Tobjörn, denn Tobjörn ist Tobjörn. Ja, der Zwerg ist einfach der Killer. Also dazu kann ich echt nicht sagen. Ich muss echt sagen, ich feiere den Zwerg aufs Übelste ab. Das stimmt. So, jetzt geht es rund hier mit dem Zwerg wieder in die Action rein. Action Jackson, der Zwerg muss verziehen. Ja, wir könnten jetzt natürlich genauso assi sein eigentlich und uns auch direkt... Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Ja, komm Leute, wollen wir auch mal assi sein? Ja, komm, lasst uns auch mal richtige Hurensöhne sein. Und uns jetzt auch direkt hier vor ihren... Herzlich Willkommen, jetzt machen wir den gleichen Scheiß auch mal. Den können wir nämlich auch. Wir können genau solche Arschlöcher sein wie hier. Was? Ja, Leute, was sollt ihr denn für Penner, Alter? Der Hinten geht dann wieder weg, Alter. Ihr Pinsel hinter die Teammates, ey. Wenn ihr das macht, Alter, dann bleibt ihr alle stehen, Alter. Und drängt die mit einem One-Shot-Angriff immer durchgehend zurück. Aber dass ich hier als kleiner Killer-Zwerg alleine stehen muss, ist halt irgendwie völlig unpraktisch, ey. Ernsthaft, Leute? Ne, ernsthaft jetzt, oder was? Boah, ey, Jungs, ey. Leute, die nehmen A ein. Habt ihr das schon mal gesehen? Boah, halt die Fresse, hab ich dir gesagt, Mann. Ja, Leute, ihr seht schon, dass sie immer noch A einnehmen. Leute, was seid ihr für behinderte Teammates, Alter? Wir sind in A immer noch drinnen. Ja, komm, Alter. Hängt euch, Alter. Was seid ihr für ein Behinderter abschauen? Das hier ist kein Team-Dash-Match, Junge, Alter. Das ist verteidigen, ihr Behinderten, Alter. Ja. Hey, geil. Ja, ich sag das jetzt. Oh, Alter. Geht Drecks, Kind, Mann. Leute, macht sie platt. Wenn ihr jetzt auch noch einnehmen, so eine kurze Zeit, ohne Witz, ey, dann löft eure Schaas, löft eure Accounts, löft euer ganzes Leben, ey. Lassen sie es jetzt ja hart verteidigen, die Leute, ey. Los, Leute, schön verteidigen jetzt, ey. Keine Angst, mein Schatz. Gleich bist du wieder. Ich bin jetzt verdammt overpowered. Achtet auf mein Geschütz. Nein. Ich möchte es nachher. Boah, what's the fuck? Leute, schieß sie da raus oder geh rein, du Bogenschütze, Mann. Du musst schon in die Zier reingehen, ey. Nicht außerhalb. Hammer gezückt und einsatzbereit. Haltet sie vom Punkt fern. Ja, das raffen die aber nicht, ey. Die tut die blöd, wie ihr Hirn einzuschalten. Ey, Mann. Ernsthaft, Leute, ernsthaft, könnt ihr gar nichts. Ja, komm, löst euer Leben, Alter. Das springt aus den Häusern. Ey, wie kann man so behindert sein? Mit dem Bogenschützen, Alter, noch draußen stehen und stell dich in den Kreis, Alter. Ja, ganz ehrlich, Alter, du bist behindert, Alter. Geistiger Abschaum. Ja, das ist kein Highlight, das ist Hurenzum. Klack, weil mein Team einfach behindert ist. Ja, Mann. Ja, das ist irgendwie gar nicht, oder was? Ja, so kann man nicht schließen mit denen. Oh Gott, also Hurenzum. Ja, kriegt keiner einen Punkt, sind alle kacke. Sie ist kacke, er ist kacke, sie ist kacke, alle kacke, ey. Ja, gib denen keine Punkte. Die haben sie nicht mal verdient. Episch, das war Hurenzum-Like, Alter. Episch. Das ist der epische Junge, äh, bin ich, Mann. So. Ja, Leute, sorry. Aber das war auch die Folge Overwatch wieder. Und ja, ich bin auf jeden Fall raus. Schaltet auch wieder fleißig bei der nächsten Folge Overwatch ein. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Haut da rein. Angriff in Dorado.